Die gesamte Welt des Centro – Shoppen, Gastronomie und Freizeit – können Sie mit der Centro-Geschenkkarte ab sofort an Ihre Liebsten verschenken. Die Karte ist gültig in fast allen Centro-Stores und Restaurants auf der Centro-Promenade. Bei wem genau, finden Sie im Centro-Plan. Natürlich kommt die Centro-Geschenkkarte in einer stylischen Verpackung, damit das Schenken so richtig Spaß macht. Und das Ganze für nur einen Euro. Die Karte kann mit einem gewünschten Betrag zwischen 10 und 100 Euro einmalig aufgeladen werden. Ein weiterer Vorteil, der Beschenkte kann sein Guthaben je nach seinen Wünschen auf mehrere Geschäfte aufteilen. Über das Restguthaben kann der Besitzer sich jederzeit kostenlos informieren. Egal ob mit der Centro-App, auf der Centro-Website, am Service-Schalter im Mitteldom, über die kostenlose Hotline oder über kostenlose SMS. Die Centro-Geschenkkarte. Kompakt, handlich und einfach großartig. Weitere Informationen auch auf www.centro.de. slash Geschenkkarte